So, einmal die Fokus feststellen, das gucken wir nachher blöd, so, zwei Paketchen, ich habe so einen komischen Mechanismus, habe ich gesehen, selber, können wir hier mal, noch nicht, gucken wir kurz aus dem, ach, weiß der, was die, zwei so eine kleinen Plättchen gekriegt wurde, gucken wir mal, drin ist, schnott das einfach ab, ja, toll, das ist mein IDK, so, jetzt wird der PC fertig ist, aber wie gesagt, ich habe mir noch IDK, Kabel bestellt, für Notfall, und, ja, jetzt habe ich den recht noch schon fertig, naja, okay, ein paar Ofer umsonst, aber, ja, hier, noch was Schönes, das können wir mal vorsichtig ausschlagen, weil das, wie man sieht, sehr eng am Dingens hier verpackt ist, ne, Wie man sieht, sehr eng am Gerät verpackt ist, na, ich schneide ich das jetzt hier ab, Ach, hier, so geht's, ein bisschen doof eingepackt, ist mal spannend, weil es ist, ich habe extra Tisch geputzt, hat auch nicht geholfen, Jetzt ist aber auch hier, ne, ja, toll, nochmal liefern schon, und dann haben wir, unser Schreibtablett, ja, hatte ich ja bei GBS bestellt, kostet, 8 Euro, ein paar Kaputte, ja, so sieht's eigentlich aus, Rot, Batterie, soll zwei Jahre halten, 110 Gramm, ein Key zum Clean, also, Äh, ja, hier wird meine Zettergriffe, was für eine Farbe habe ich, oh, ich habe ein blaues, cool, also, das hält jetzt zwei Jahre, Aha, und hier ist, ach, guck mal, hier ist eine Knopfzelle, das heißt, kann ich auswechseln, ist ja geil, Gucken wir mal den Stift an, den wir einfach abziehen, ja, haben wir hier oben unsere Löschtaste, und hier können wir jetzt was reinschreiben, Äh, ich guck mal kurz, sieht man hier einen Streifen, oder so, ich sehe gar nicht, dass das wirklich an ist, Schreiben wir mal was rein, so, ficken, so, nein, das löscht ich erst mal, auch den Löschmechanismus sieht man wirklich, Ja, ich muss immer hier, nicht wirklich, erst wenn nur was geschehen ist, zum Beispiel könnten wir auch jetzt hier, wir haben hier jetzt hier, haben hier, hier ist die liebe Sonne, und die lacht natürlich auch, Das ist ein riesen Penis, und er spritzt, ah, ja, okay, wir haben jetzt hier, äh, ja, Gott, was ist denn hier los, rumgesaut, haben jetzt hier unser Bild, weil wir drücken, so, ja, ist eine schöne Sache, kann ich mir auch meine Sachen hier ausschreiben, Wenn ich mir jetzt irgendetwas kaufen will, oder was, Frikadellen, Boah, das geht, oh, in dem Sinne, so, wenn ich, äh, rausfrage, denne mache ich, den ganzen Quatsch, warum, ach, den Scheiß guckt kann der so, richtig, so ein Quark hier, und dann, also, wenn ich, äh, rausfrage, denne mache ich, denne mache ich, denne mache ich, das war genau.